Insgesamt, es sind 119 Stimmen, aber es sind manche, die kombiniert sind. Wenn man ein Register zieht, dann... Überlangt sich. Ja, und deswegen ist ein 126 ein bisschen mehr, was in Büchern steht. Aber trotzdem, es sind ganz schöne Kombinationen, zum Beispiel sind mehrere schwebende Registen, die mit Absicht ein bisschen schwebend gestimmt, also unrein gestimmt sind.